Hallo, hier ist Martin von Meine Mankees, das ist die DAX-Analyse für nun Montag, den 29.01.2024. Zum Freitag hat unser DAX hier ein kleines V-Tier gespielt, ist aber immer ein Stückchen weitergekommen, als wir die 960, die wir hier oben noch auf dem Zettel stehen hatten, die hat er angerissen, allerdings auch nicht wirklich mehr und das durfte relativ enttäuscht gewesen sein für die meisten. Ich hatte ja so ein bisschen diese Vorahnung kundgetan, dass das eigentlich so, wie die Leute sich momentan geben, nicht so passen würde, wenn er jetzt direkt einen Ausbruch bringt, dass ich mir eher vorstellen könnte, dass er unten raus nochmal zurückrutscht. Wir hatten deswegen gesagt, unter A880 würde sich das für mich so ein bisschen bestätigen, das hat er natürlich nicht angenommen. Ja, wir sind zwar unter A880 reingekommen, also auch direkt gestartet, aber frontal auch mit grünen Kerzen begonnen und wir hatten dann auch bei uns in den Updates geschrieben, also wenn er da tatsächlich nochmal auf ein neues Tief kommt, sollte man da genau hingucken, wenn das auch bloß hochgekauft wird, dann zieht es den trotzdem oben durch die 900 durch und das hat er auch gemacht. Also er hat direkt wirklich das nächste Tief dann auch gleich wieder hochgezogen und damit diese, ich sag mal, diese Vorlage, die aus dem Abwärtsgib sogar herauskam, direkt zertreten und klein gemacht. Sieht jetzt sowieso ein bisschen nach einer bärischen Verkeilung aus, was recht unpassend wäre für einen Ausbruch und von daher würde ich das noch gar nicht so doll abschreiben, dass das hier vielleicht noch wirklich ein Fehlausbruch wird. Man muss halt hier jetzt dranbleiben, man muss sich über 69 weiter drücken, dann ein bisschen natürlich auf die Verkeilung aufpassen. Die würde wahrscheinlich jetzt zum, wartet mal, ich mache mal einen Magneten rein, die würde zum Montag jetzt hier auf, ja, so im Bereich, ja, knapp 17.000 sogar liegen. Es ist schwierig zu handeln, also vielleicht stellt man die Verkeilung sogar erstmal zurück, konzentriert sich auf die höheren Hochs und höheren Tiefs. Es ist jetzt auch Montag, das war jetzt Freitag, da ging es primär eigentlich bloß darum, den Wochenschluss noch irgendwo hinzustellen und der ist ziemlich hochgekommen, also auch aus der Wochenkerze heraus, haben wir eigentlich Stärke demonstriert bekommen. Trotzdem bin ich noch ein bisschen vorsichtig, Handhaber ist aber weiterhin so, alles oberhalb von 900 würde ich jetzt erstmal positiv werden. Also auch diese Formation jetzt im Zweifel sogar eher noch auf der Oberseite rausnutzen, solange wir jetzt hier eben darüber notieren. Hat der DAX die Chance, aufs Allzeithoch zu gehen und auch höher? Ich habe hier jetzt schon mal den Pfeil mit reingemalt, 17.200, das bleibt und ist hier das nächste größere Ziel, was wir anlaufen können, in der Zwischenstation bei 17.1,20 und bei 17.55 hätten wir noch was, was er dann darüber anlaufen kann, wenn er denn weiter liefert. Sollte er am Montag, ich sage mal nach, sollte er vielleicht wirklich 9.15 Uhr hier so ein Hocheinsteckchen, wird es kurz unter 17.000 und dann anfangen, neue Tagestiefs zu setzen. Dann wird es sehr nach bärischer Verkeilung aussehen, also würde vom Ablauf schön reinpassen. Erst kurz nach oben anstechen und dann doch nach unten das Ding auflösen und dann sollte man unter 29.000 schon vorsichtig werden. maßgeblich wären wir aber fast weiterhin dieser Bereich, so um 8.80, 8.50, wo ich sagen würde, darunter kippt er uns bestimmt dann bis in den Gap-Close rein bei 6.60 und da das ja ein paar Punkte sind, die man da unten mitnehmen kann, würde ich den Trigger auch lieber ein bisschen tiefer ansetzen, als wieder so ein Gemäre zu kriegen, wie was wir jetzt am Freitag hatten mit der 8.80. Ich möchte behaupten, da ist vielleicht sogar der ein oder andere dann schon short reingetriggert worden, obwohl man es auf den Tiefs eigentlich schön gesehen hat, dass er da keine Lust zu hat. Also er ist wirklich von Gap an nach oben gedrückt und das ist eben das, was ich nicht sehen will. Wir haben gesagt, unter 8.80 will ich sehen, dass er Schwäche zeigt, nicht, dass er anfängt Stärke zu zeigen und Tiefs hochkauft, das passt dann nicht. Aber es passt eben hier oben auch nicht, weil wir haben hier oben auch gesehen, dass die neuen Hochs abverkauft haben, dass die 9.60 einfach immer wieder nach unten ausgebremst hat. Kleine Bonuskarte kriegt er aber, weil Aufwärtsbewegungen sowas oft haben. Ja, dass er so träg und zäh ist und sich so punktuell einfach so nach oben stößt. Die Leute dann eigentlich gar nicht dabei sind, weil sie schon wieder ihre Longs beendet hatten, weil es ihnen zu lange gedauert hat. Dann macht er wieder 50, 60, 70, 80, 190 Punkte hoch und bleibt dann stehen, macht dann wieder zur Seite, bis die Leute wieder aus den Long raus sind und dann wieder den nächsten Schwung. Das kennen wir sehr gut aus Aufwärtsphasen und Aufwärtsbewegungen. Und ich meine, wir sind jetzt hier wirklich also keine 100 Punkte unter Allzeit hoch. Ja, also das Allzeit tief im DAX signalisiert den tiefsten Stand, den der DAX sie hatte und das Allzeit hoch signalisiert den stärksten Kurs, der bis jetzt jemals gestellt wurde. Und da sind wir wirklich nicht weit weg. Also die Marktphase hier oder die Bewegung deswegen als schwach zu bezeichnen, nur weil sie nicht schnell genug gestiegen ist, muss man einfach mit Vorsicht genießen, denn es ist ja nicht zwangsweise schwächer. Wenn er A, eine neue grüne Tageskerze hinstellt, B, ein neues Verlaufshoch aus der Bewegung heraus schafft und C, wirklich auf fast 100 Punkte ans Allzeithoch angegangen ist. Also es ist schon noch eine starke Chartregion. Positive Chart lag ja jetzt ohnehin, weil wir außerhalb des letztmöglichen Abwärtstrends stehen überhaupt. Und er hat eine Grundtendenz, die einfach nach oben ziehen kann. Ja, und deswegen würde ich alles, auch wenn er jetzt hier irgendwie nochmal 900 anläuft, 98 von oben anläuft und er dreht wieder hoch, würde ich eher das Long interpretieren und denen noch Chance reingeben, das sind die 17.000, 17.55, 17.1, 17.200 und dann gucken wir uns später noch an, wie es da weitergehen kann. Ja, nichtsdestotrotz, kleine Warnsignale sind da. Stimmungsbild von den Leuten passt momentan auch noch nicht. Könnte also so laufen, dass er vielleicht hier jetzt einfach nur nochmal schwungelt. Der muss ja gar nicht von hier jetzt runterfallen auf 5.000 Punkte. Ja, würde er reichen, wenn er hier jetzt vielleicht den Ausbruch erstmal für Tag nochmal hier reinrutscht, irgendwie in den Bereich 6.60, 5.50 zurückfällt, irgendwo in die Zone und von hier dann raus startet und dann richtig abrennt. Am besten noch mit irgendwelchen negativen Nachrichten zusammen. Das klappt dann natürlich meistens noch besser. Aber so richtig passt es momentan noch nicht rein. Ja, aber ich würde mich deswegen nicht dagegen stellen. Also hier oberhalb 900 gehe ich nicht short. Auch wenn der eine oder andere nachher vielleicht zufälligerweise genau das hoch trifft und ich sage, naja, ich bin der Größte, darauf würde ich es nicht anlegen wollen. Also ich nicht. Das wäre mir zu heiß. Weil hier einfach von der Tendenz, von der Charttechnik-Tendenz, eher einen Schwall nach oben kriegt. Außer halt die Verkeilung geht auf. Aber dafür müsste mindestens unter 9.20, besser noch unter 8.80, 8.50. Ja. Ich würde mich auch nicht gerne an der 9.20 orientieren, weil ich fast vermute, dass das genauso läuft, wie dann mit unserer 8.80 zum Freitag. Und würde deswegen in die Etage tiefer steigen. Ja, also alles darüber ist für mich jetzt hier noch mit leicht positiver Tendenz, auch mit einer gewissen Vorsicht trotzdem noch dabei. Aber im Zweifel macht er mit so einen ekligen Mustern einfach weiter hoch und weiter hoch und weiter hoch. Und deswegen nehmen wir es einfach so hin und lassen es auch so stehen. Okay. Ich mache damit hier zu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.